Ich bin kein Körper, ich bin wirklich frei, denn ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Warum sollte ich beschließen, noch einen Augenblick länger dort zu verweilen, wo ich nicht hingehöre, wenn Gott selbst mir seine Stimme gab, mich heimzuführen? Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Sind das nur Worte, die wir sprechen oder Gedanken, die wir in unserem Herzen tragen? Solange es nur Worte sind, die wir sprechen, hat es letztendlich keine Bedeutung. Solange es nur Worte sind, die wir lesen, fruchtet es nicht. Es sind diese Gedanken, die uns tief bewegen. Wenn wir uns gedanklich in unser Herz sinken und diese Worte, diese Gedanken beginnen zu fühlen, dann können sie heranreifen. Und zur Erinnerung, solange wir uns mit dem Körper identifizieren, solange brauchen wir einen inneren Lehrer des Geistes, der uns lehrt, was dies bedeutet. Wir können es nicht selbst tun. In unserem Menschsein haben wir verschiedene Entwicklungsstadien. Zuerst beginnen wir alles aus einer egozentrischen Sicht zu sehen. Wir handeln aus einer egozentrischen Sicht. Wir schauen, dass es uns gut geht. Wir schauen, dass wir ein gutes Dach über dem Kopf haben, eine schöne Wohnung, einen guten Job, den Traumpartner überhaupt, vielleicht Familie, Kind oder was auch immer. Alles geschieht aus dieser persönlichen Sicht, aus dieser egozentrischen Sicht. Es dreht sich immer um meins. Und letztendlich ist es aus dieser Perspektive nie genug. Solange es sich um meins dreht, ist es nie genug. Und ich muss mich, ich muss durch die Zukunft mehr von dem bekommen, wovon ich glaube, dass es mich glücklich macht. Wie gesagt, es ist nie genug. Egal, was du bekommst, egal, was du in den Händen hältst oder in deinen Schränken isst. Und dann kommen wir in die Phase, wo wir hilfsbereit sein wollen. Und solange wir aus der egozentrischen Sicht heraus hilfsbereit sein wollen, sind wir nicht hilfsbereit, hilfreich, sondern wir wollen immer noch einen Gegenwert erhalten. Wir wollen immer noch etwas von der Welt. Aber wir sind zumindest einen Schritt weiter gegangen und wollen hilfsreich sein. Viele Menschen bleiben in diesem Stadium stecken, weil sie immer noch einen Gegenwert erwarten. Und viele Menschen werden auch dadurch berühmt, weil sie so hilfreich sind oder viele soziale Leistungen vollbracht haben oder sehr viele Spenden geben und ähnliche Dinge. Und für all diejenigen, sie merken auch, es ist nicht genug. Es reicht nicht. Und irgendwann kommen wir dann an den Punkt, wo wir innerlich still werden, wo innere Stille uns umhüllt, wo wir stille sind und aus der Stille heraus handeln und durch die Stille handeln. Und das ist eine Offenheit, wie eine totale Offenheit, in der wir beginnen zu lieben. Wir machen keine Unterschiede mehr. Wir wollen nichts mehr von der Welt und geben ihr doch alles. Alles, was wir sind. Und je mehr wir von dem geben, was wir sind, desto deutlicher erkennen wir, dass wir durch Gott erhalten werden und nicht durch uns selbst. Und dann erkennen wir, wir sind nicht diese alternde Körper und dieser Körper ist auch nicht unser Zuhause. Und wir merken auch, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist. Denn wir sind in Gott und träumen vom Exil. Und aus dieser Perspektive in die Welt zu schauen, ist sehr, sehr heilsam, weil wir dann durch den Geist der Liebe in die Welt schauen und uns nicht mehr darin befinden. Wir sind nicht mehr im Exil und müssen irgendwo hingelangen. Und seine Stimme spricht dann in jedem Augenblick zu uns, weil wir aufgegeben haben, was uns so sehr abgelenkt hat. und dies ist etwas, was du nicht unbedingt tun kannst. Das sind Entwicklungsphasen, in die wir uns hineinbegeben, wenn wir uns diesem universellen Heilsplan, den wir einen Kurs in Wunder nennen, wenn wir uns diesem öffnen. Und dann erkennen wir tatsächlich, es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, was uns in dieser Welt erfüllen kann. Und auch dies ist etwas, was du nicht erzwingen kannst. Viele haben versucht, es zu erzwingen und haben sich zurückgezogen von der Welt und haben in ständiger Einsamkeit gelebt und dahin vegetiert. Darum dreht es sich nicht. Wir wollen uns nicht zurückziehen von der Welt, sondern wir wollen nur erkennen, dass sie uns nicht zu geben hat. Wir wollen sie still empfangen. Denn überhaupt nichts ist geschehen. Wir sind nach wie vor in Gott zu Hause und träumen von einer anderen Existenz, die nicht real sein kann. Und jeder von uns hat die Wahl, sich anders zu entscheiden, um aus diesem Traum aufzuwachen. Wir können uns entscheiden und uns daran erinnern, dass wir Lichtgeister sind, dass wir ewige Wesen des Lichts und der Liebe sind. Wir können von Trennung träumen und das kannst du noch viele Jahrtausende praktizieren oder du gibst eine neue Antwort. Du triffst eine Wahl. Eine Wahl für die Liebe Gottes, die du bist. Die Welt, die du erträumt hast, die kannst du nicht sein. Und das ist die Botschaft letztendlich, die durch jede Lektion, durch jede Zeile, durch jeden Abschnitt dieses Kurses dargelegt wird. Es ist in sich vollständig. Du wirst in jeder Formulierung finden, du wirst in jeder Formulierung das finden, was dich eben darauf hinweist, auf diesen inneren, stillen, lebendigen Gott. Lebendig, nicht tot. Wir können vom Exil träumen, aber wir können nicht verändern, was wir sind. Das konntest du nie verändern. Wir können nur wählen. Das ist alles. Und so kann die Frage auftauchen, was wählst du? Und warum hast du Angst vor der Wahl? Vor der Wahl, Frieden zu erfahren. Was fürchtest du? Und wenn du deinen Kleiderschrank öffnest, in dem du all deine unerlösten Gedanken hineingestopft hast, wenn du diesen Schrank plötzlich öffnest und siehst, da ist gar nichts drin, was dich erschrecken kann, dann wirst du freudig all das Scheinbare herausholen und dich erkennen in diesem Licht der Schöpfung. Und dann verliert der Körper die Bedeutung, die er bisher hatte und er wird zu einem Werkzeug der Liebe. Und das ist der Aufruf, wenn der Heilige Geist dich bittet, deinen Auftrag hier anzunehmen und ihm deine Augen, deine Ohren, deine Stimme, Hände und Füße zu geben, dann ist dieser Körper nicht mehr egozentrisch in seinen Handlungen, sondern wird geführt von einem Geist der Liebe. Und der Heilige Geist zeigt uns dann den Weg nach Hause. Und scheinbar war eine undurchdringliche, mächtige Wand vor uns, die wir nicht durchdringen konnten. Und wenn du einmal diese scheinbare, trennende Wand anfasst, dann wirst du sehen, sie hat überhaupt keine Substanz. Wem von euch ist es schon jemals schwergefallen, durch einen Nebel zu laufen? Hat er irgendein Hindernis dargestellt? Und so werden wir sanft an der Hand gehalten von einem, der dich kennt und der den Weg kennt. Wir müssen nur unsere Hand ausstrecken und er führt uns hindurch durch diese illusionäre Nebelwand und kann uns das Licht zeigen und die Nebelwand sind natürlich unsere Gedanken. Und wenn wir uns hierin disziplinieren, unsere Gedanken aufzugeben und nicht mehr in allem Recht haben wollen und nicht mehr alles wissen wollen und nicht mehr alles kennen wollen und nicht mehr in allem eine Lösung oder ein Problem zu kennen. Wir wissen einfach nichts. Und dieses Wissen, dass wir nichts wissen, öffnet uns in diesen gegenwärtigen Augenblick und dann ist jeder gegenwärtige Augenblick völlig neu. Denn wir sind nicht die Opfer dieser Welt. Aber wenn wir uns in der Welt zurechtfinden wollen durch unsere eigenen Pläne, durch unser eigenes Wissen, durch unsere eigene Herangehensweise, dann sind wir das Opfer. Dann schmieden wir Pläne aus einer egozentrischen Sicht heraus. Dann beschuldigen wir, wir greifen an und wir verteidigen uns, weil wir glauben, wir wurden angegriffen. Nichts davon ist wahr. Es ist ein Schauspiel, in das wir uns hineingeträumt haben und wir glauben, es ist echt. Und immer wenn wir einen Augenblick lang still sind, vielleicht jede Stunde oder wenn du bemerkst, wow, ich habe mich wieder verrannt in irgendwelchen Ideen, Konstrukten und Konzepten, dann hast du doch die Möglichkeit, für zwei bis fünf Sekunden einen tiefen Atemzug zu holen und dir einfach zu formulieren, ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Und das ist eine Antwort, die die Welt, die den Traum beginnt aufzuheben. aber solange wir die Antwort nicht geben, solange identifizieren wir uns eben aus unserer egozentrischen Sicht mit diesen Dingen und sie scheinen wieder wahr zu sein. Irgendjemand hat mich angegriffen oder irgendjemand hat nicht das Richtige getan, was einem gefällt. Und schon sind wir wieder verstrickt in unseren Familiensystemen, in unseren gesellschaftlichen sozialen Systemen und glauben, dass dort etwas falsch ist und erkennen nicht, dass wir es träumen. Wir sind respektlos anderen gegenüber, wenn wir glauben, wir wüsten, was für sie richtig ist. Wir wollen unsere Respektlosigkeit beenden und den Traum respektieren, in dem sie sich scheinbar zu befinden scheinen. Niemand wird mit Gewalt aufgeweckt oder durch huldigende Worte. Das Erwachen findet dadurch statt, dass wir erkennen, das, was ich hier sehe in dieser Welt, das macht mich nicht glücklich. Vermutlich hast du alles praktiziert und alles ausgetestet und hier und da tolle Dinge erfahren und dennoch alles, was endet, kann dich nicht glücklich machen. Ja, und nicht einmal der Körper, der alternde Körper kann dich glücklich machen. Und dieses zu erkennen und diesem nachzugehen und dieses aufgeben zu wollen, das ist sehr hilfreich. Und hier kommt noch mal eine entscheidende Information, es aufgeben zu wollen, ist hilfreich. Denn du selbst kannst es nicht aufgeben. Und du selbst kannst es nicht verstehen. Und wenn wir in dieser Bereitschaft sind, wir müssen nur bereit sein, hey, diese Welt, ich will sie nicht mehr, ich will nicht mehr auf meinen eigenen Schmerz, mein Leiden und meine Sorgen schauen, die ich jeden Tag wieder wahr gemacht habe, diese kleine Bereitschaft genügt, und es wird für dich geschehen. Ich habe mit vielen Menschen zu tun und ich habe es an mir selbst bemerkt, solange wir nicht bereit sind, diesen Schrank, der scheinbar so dunkel ist und in dem so viele schreckliche Dinge stecken, solange wir nicht bereit sind, diesen Spalt, diesen Schrank, einen Spalt, einen kleinen Spalt zu öffnen, in diese kleine Bereitschaft gehen, hey, ich möchte die Welt anders sehen, solange wir das nicht tun, geschieht nichts, wir halten an unserer starren Projektion fest. Und das muss nicht sein, wir können eine neue Wahl treffen, du wie ich, denn jeder hat die Möglichkeit, egal in welcher körperlichen Verfassung du jetzt bist, es spielt keine Rolle. Vielleicht bist du jemand, der hier zuhört und bist zwölf Jahre alt, 20, 30, 50, 80 Jahre alt. Jeder hat die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen, eine Wahl für den Frieden, eine Wahl, einen Augenblick lang still zu sein und die Gedanken, die Gedanken der Liebe in sich zu finden, in seinem Herzen und zu formulieren, ich bin kein Körper und ich möchte diese Wahrheit finden. Es sollen nicht nur gesprochene Worte sein. Gesprochene Worte verblassen wieder wie wie eine Seifenblase, die explodiert. Tief empfundene Gedanken, die du erkennen willst, das ist das, was dich heranreifen lässt. Und ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, ich bin so, so dankbar, dass ich den Weg gefunden habe, der mich nach Hause führt. Und für mich ist das ganz klar, es gibt keinen anderen Weg. Und warum kann ich die so deutlich sagen? Weil ich gefühlt sehr viele, ich kann nicht sagen alle, aber sehr viele Wege ausprobiert habe, die für mich nicht funktioniert haben. bis ich erkannt habe, in dieser Welt gibt es nichts zu finden. Alle Wege in dieser Welt führen in eine neue Sackgasse. Vielleicht hast du das in dir auch schon entdeckt. Egal wie toll wir unsere Familien zusammengebaut haben, umgestellt, verstellt und abgestellt haben, solange wir diesen Frieden, diese Stille in uns nicht erkennen wollen, laufen wir in ständige Sackgassen hinein. Entscheide dich, dich mit deinem inneren Führer zu verbinden, mit deinem inneren Lehrer, um auf seine Stimme zu hören. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, stimmt's? Ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt und du hast eine Wahl getroffen, dich still zu werden, für dich still zu werden. Und es geht nur um diese Entscheidung und um nichts anderes. Und niemand, nicht einmal Gott, wird dir jemals eine Entscheidung abnehmen können. Aber er kann dich darin unterrichten, dass du eine Wahl triffst, dass du eine neue Entscheidung triffst. So ist dieser Kurs in Wundern entstanden. Es muss eine andere Möglichkeit geben, wurde formuliert und das war der entscheidende Punkt, wo Helen Schuckman in die Lage versetzt wurde, diesen Kurs niederzuschreiben, mit dem sie nicht immer einverstanden war. Weil das, was sie niederschrieb, so konträr zu ihrem Denken war, war, dass sie oftmals im Konflikt mit dem Niedergeschriebenen war und dennoch gespürt hat, dass es richtig ist, was hier steht und was hier formuliert wird. Und die Macht, diese Macht, die liegt in deinem Geist. Und wenn wir uns nach innen wenden, dann finden wir die Wahrheit. Die Tür zu Gott, sie geht nach innen auf und nicht in die Welt. Und die Wahrheit hat dich noch nie verlassen können. Wir wenden uns zu unserem inneren Lehrer und wir fragen uns, was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Was soll ich sagen und zu wem? Und dann werden wir geführt und wir werden geleitet in diesem stillen Augenblick, in dem wir uns hingegeben haben. Weil wir nicht mehr entscheiden wollen, was richtig und was falsch ist. Wir wollen nicht mehr selbst entscheiden, wir wollen wirklich fragen, wohin soll ich gehen? Was soll ich tun? Und was soll ich sagen und zu wem? Wir quasseln nicht mehr aus und selbst heraus und irgendeinen Bullshit abzuliefern. Ständig reden, ständig reden, ständig reden, nur um der Stille zu entkommen. Ständig denken, sich ständig ablenken von irgendwelchen Dingen, nur um dieser Stille zu entkommen. Ständig irgendwelche Ratschläge zu geben, Diagnosen abzuliefern, die Probleme anderer zu diagnostizieren und zu wissen, was ein anderer für Fehler hat, nur um die Stille nicht zu bemerken. Wir wollen unsere Zeit nicht mehr mit nutzlosen Dingen auffüllen, mit nutzlosen Worten, die den ganzen Tag gesprochen werden, sondern einfach mal still sein und und auf die Wahrheit hören. Zwei bis fünf Sekunden, zwei Sekunden bis zu zwei Minuten und vielleicht hast du dann Freude daran gefunden und willst nur noch still sein, weil du dadurch den Frieden in dir erkennst, weil du dadurch erkennst, dass du nur geträumt hast, im Exil zu sein, aber in Wahrheit vollständig und ganz zu Hause bist. Du bist nicht dieser Körper, du bist zu Hause. Und den Traum, den du gemacht hast, den kannst nur du beenden. Wer denn sonst? Und kannst du ihn beenden, indem du den Traum immer wieder wahr machst? Ganz bestimmt nicht. Du musst irgendwann eine Wahl treffen. Ich habe sie getroffen und diese Wahl führt mich heute noch und ich treffe diese Wahl jeden Tag immer wieder neu, indem ich heute zu dir spreche und den Heiligen Geist bitte. Was soll ich tun? Was soll ich sagen und zu wem? Und diese Worte werden zu dir gesprochen durch den Heiligen Geist und wie du siehst beinhaltet dies eine Disziplin und solange wir diszipliniert in unserem Ego Denksystem in unseren Ideen und in unseren Varianten von Leben sind solange werden wir diese erfahren müssen und je mehr wir uns in der Disziplin der Wahrheit wiederfinden weil wir bereit sind die Wahrheit zu sprechen zu denken zu fühlen und zu erfahren ich möchte die in die Erfahrung der Wahrheit gehen wenn ich still bin dann wird mich die Wahrheit lehren können und dann ist dieser Körper nicht mehr ein Angriffsmittel wo ich denke dass irgendetwas schief läuft in der Welt sondern ich bin total offen total offen für das was geschieht und diese Offenheit ist eine Einladung an dich wir brauchen uns nicht mehr zu verschließen du kannst jetzt das Leben total offen empfangen man kann sagen in Stille empfangen um die Stille zu geben und dann weißt du was du in jeder Situation zu tun hast wohin du zu gehen hast und was du zu sagen hast weil du das konfliktreiche Denken das sich selbst ständig widerspricht auf 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 ich bin kein Körper ich habe geträumt einer zu sein und das kann ich durch die Macht meines Glaubens die durch durch eine neue Wahl entsteht aufheben Willkommen im Glassenzimmer der Liebe Willkommen im Glassenzimmer das sich auf die Wahrheit hinweist Willkommen im Glassenzimmer der grenzenlosen Freude die niemals enden wird und niemals enden kann Willkommen daheim glänz glänz die lehre sind und die sind Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020